Leute, ich weiß, Deku Smash kommt aus der letzten Season, aber ich hab vergessen das hochzuladen, also zeige ich euch jetzt hier meine besten Wins aus der letzten Season mit Deku Smash. Hier, da waren nur noch zwei übrig, ich war mir sicher, der eine kommt jetzt über links und dann direkt einmal abgefangen, das war halt ganz geil. Der hatte keine Deckung und meine Freundin hat den Rest gemacht, zack, Win. Hier war es ganz geil, nur noch zwei übrig, einen hatte ich schon mal geholt und da sieht man seinen Mate, der den nochmal retten wollte und da dachte ich mir, no way Jose, das kriegst du nicht hin. Und dann nochmal ganz schnell hier oben holen, erstmal geht er nur auf mich, dann kommt zum Glück hier nochmal eine Freundin abzulenken und boom, yeah, gute Nacht, das ist wieder ein Epic Win und hier gucken wir nochmal, was Deku Smash eigentlich alles kaputt machen kann. Eine Person noch übrig, da drin ist sie irgendwo, aber es hat irgendwie alles zerstört, außer diesen kleinen Block da hinten noch, aber da kommt er dann raus, chargt mich mit dem Raketenwerfer und sabatsch, gute Nacht, der letzte macht das Licht aus.